Ausladen! Wenn Studenten im Feldpraktikum führen, ist wichtig, Studenten nicht vergessen. Wir haben niemanden vergessen. Jetzt ist ausladen von Studenten, ihre Sachen und alle von Lehrern. Nachdem Lager aufgebaut wird, gehen wir mit dem Gebiet kennenlernen. Was denken Sie? Wohin gehen wir zuerst? Natürlich zum Baikal. Anmut ist, dass wenn Menschen aus anderen Ländern oder Städten zu uns kommen, möchten sie Baikalsee sehen. Und wir zeigen ihnen den Baikalsee. Und jetzt sehen Sie, wir bauen schon Lager auf. Lager muss man so aufbauen, damit während der starke Wind kleine Probleme waren. Sehen Sie, wie gut bauen deutsche Studenten die Zelte auf. Und hier Menschen helfen den Jungen, das Zelt aufzubauen. Es ist auch wichtig, wann unsere Mädchen unseren Jungen geholfen haben, die Zelte zu stellen. Niemals! Immer helfen Jungen unseren Mädchen, die Zelte zu stellen. Also, Lager ist schon fast aufgebaut und demnächst beginnt echte Arbeit. Dann geht es gerade auf der Schleuchung. Ach so aufbauen.